Mutti, ich hab ganz viele Kräuter. Toll, lass mich mal sehen. Also das hier ist lieber Meise. Oh, warte mal. Ich hab auch Kräuter. Ein Hustenbonbon? Wig Naturmild. Hm, gut. Und mit Bienenhonig. Schau, hier ne Biene, da ne Biene. Was du nicht sagst. Neu. Wig Naturmild Kräuterhustenbonbons. Die schmecken auch ohne Husten.